Oh! Nein, neun! Ist er! Also, ein ganzes Jahr. So spät. Ja, mit mir leid. Wirklich. Komm her. Seine Schwester. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Es ist dein erster Geburtstag ohne Nina. Wie geht es mir? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halb langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich? Kriege ich eine Umarmung? Wow. Wie bist du? Groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast du ihm was echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig. Dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche's. Ja. Versprechen. Ja, Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ja. Ich werde nie aufhören, ob euch aufzumassen. Stets der große Bruder, hm? Sollte es zu Wortstark eigentlich schon ein Kinofilmen geben oder irgend sowas? Würde ich ja anbieten. Das ist ja eh blöse, wir filmen ja gerade. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich fragen. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer. Und ich war der einzige Gangster. Aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Ich weiß noch. Du und Mommy waren furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf. Sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Was steht denn da? Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschiel. Genauso war Dad. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige. Ich plappere. Ich will dich aber unterbrechen. Wer ist denn da? Glauben Sie die Nummerunterdrückung schützt Sie? Oh, der wird bestimmt irgendeinem Telefon. Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Oh, Hacken. Oh, Hacken. Oh, Hacken. Oh, Hacken. Jacks hat immer noch Probleme damit zu sprechen. Aber wir dürfen ihn nicht dringend damit zu sprechen. Hören Sie? Gehen Sie Haus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Vielleicht kommt bestimmt irgendeiner rein. Oh. Hören Sie. Die Polizei hat den Anruf verfolgt. Oh. Super. Super. Ich hab keine Angst. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind sie? Und was wollen sie? Fühlst du dich sicher? Ja. Nicky. Oh, oh. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streif. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott. Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut. Er glaubt, er kann hier einfach rein. Wohin willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky. Ich kann den zentfinden. Okay, pass auf Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Bearscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Philipp findet dich. Und Aiden. Also, oder Aiden. Mit Hilfe von Philipp. Veloc Myst. Er will abhauen. specifically Give Gas. Von Lose. du scheiße was ist was ist mit mir los ich kann überhaupt nicht fahren die entkommt nicht das kommt euch nur so vor dass die entkommt das ist eine brücke hier jetzt habe ich keine chance gehabt das habe ich nicht gesehen dass die brücke war ich glaube mit 8 frames pro sekunde also ich glaube noch der nach diesen dings mit nur mal sehen wie gut du das findest wenn ich dich aufspüren handy anrufe lokalisiert jetzt krieg ich den rüber so komm her mein freundchen falsch wo kein fass ohne da vorne höher ja es war ganz schlecht Was? Warum? Wieso? Ich hab doch die Brücke hochgefahren. Wieso fahr der wieder runter? Soll ich denn den ausschalten? F oder was? Loll, ich mach ja selber einen Unfall. Komm her, mein Freundchen! Zack! Bumm! Oh, ist explodiert. Was explodiert denn hier? Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für ein Telefonstreich bezahle? Nicky Pierce, ja. Ich werde die Schlüssel erwähnen. Und das kennt. Aber es fühlt sich falsch an. Und darum geht es ja. Nein! Ich will nicht einsteigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DeadSec? Ich brauch die CTO Essex. Ja, ich bin noch dran. Sie überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauch ich deine Hilfe. Ich will die Woche nehmen. Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. BadSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Mission beendet. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewahren. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin da. Erstmal stehen bleiben. Und weiter geht's. Gut. Wir sind jetzt erstmal hier kurz am Ende der Aufnahme angelangt. Ich mache jetzt hier erstmal einen kurzen Break. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Watch Dogs auf Philips Gaming. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.